Ich heiße Amy und ich habe Zucchini Bonn, der gesunde Kaffee hier in Bonn. Unsere Laden, was wir machen, ist alles frisch, jeden Tag. 80% ist vegan. Wir haben vegane Backwaren, auch viele glutenfreie Sachen und sonst viele gesunde Sachen, sehr frisch. Wir sind hier seit fünf Monaten, also sehr neu und ich bin nach Deutschland gekommen, weil ich wollte Deutsch lernen. Ja, diese Straße, ich finde, eine sehr gute Straße, weil die Uni ist da und dann hast du Marktplatz und ja, ich glaube, diese Ecke ist sehr, sehr schön in Bonn. So, hier hast du fast alles, also Hofgarten ist da, dann Marktplatz und ja, und dann Bahnhof ist auch am Deneer, also es ist eine sehr gute Straße hier. Ja, weil jetzt der Moment, den wir haben in dieser Welt, ist nicht so schön und ich finde das ganz wichtig, dass alle Leute in jeder Stadt zusammenkommen. Und die können etwas feiern und dass wir auch lokale Leute kennenlernen können. Ich habe fast mein ganzes Leben auf Mallorca gewohnt und auf Mallorca ist alles sehr chill und ja, also ich will mehr Fahrrad sehen und dass die Leute mehr chill sind. Ja, also auf Mallorca ist, viele gesunde Essen ist auch sehr wichtig und ja, es gibt nicht immer einen Plan, sodass alles ein bisschen mehr ruhig ist. Ja, locker, genau. Ja, also das ist mein Wunsch, dass die Leute ein bisschen mehr locker sind und ich weise viel und auch zum Beispiel in Berlin, die Leute sind auch sehr locker und sehr chill und das mache ich viel gern. Und auch in Mallorca gesunde Lebensmittel ist auch eine Sache, dass die Leute wollen alles zusammen machen und die Treffen für gesunde Essen und das ist ganz wichtig für die Leute. Und da, ja.